Mein Name ist Sattakidi. Alles, was ich brauche, hab ich hier. Ich hab'n Job, ich hab'n Auto, ich hab'n wunderschönes Mädchen neben mir sitzen. Ich war wirklich der Bringer auf Wiederpacken. Du musst den Moment leben. Das, das ist abgefahren. Hey. Hey. Wo zur Helle bin ich? Wohnst du hier in der Nähe, Sattak? Woher kennst du meinen Namen? Ich bin auf derselben Schule. Ich bin Amy. Wollte ich gerade sagen. Freut mich, Amy. Erzähl doch mal was über dich. Da gibt's eigentlich nichts. Wie, jetzt jeder hat was zu erzählen? Ich weiß nicht. Ich denk' ehrlich gesagt, dass mehr in einem steckt als nur ein Ding. Mal ganz ehrlich, Satter. Amy Finnecke? Das ist schon ne komische Wahl für ein Trostblaster. Du bist 17 und hast noch keinen Ex-Freund? Nein. Ernst? Satter, mir werden nicht mal Blicke zu geworfen. Ach, natürlich wirft man dir Blicke zu. Nein, nein, nein. Amy, du bist ne wunderschöne Frau. Oh mein Gott, nein. Und wenn sie sich in dich verknallt, was machst du dann? Sollten wir unsere Shirts ausziehen? Meine Schwester, die macht so ein Schickimicki-Abendessen. Willst du mich vielleicht vergleichen? Ja, wann denn? In 10 Minuten? Gleich, in 10 Minuten. Ja. Ich finde es gut, Träume zu haben. Sie nicht? Auf die Träume. Ich sag dir was, ich lebe nicht in der Vergangenheit, ich lebe im Jetzt. Das ist es, was zählt. Jeder will, dass ich mich anstrenge, aber ich weiß nicht, was am Erwachsen sein toll sein soll. Sind Sie etwa glücklich? Du bist nicht der Spinner, für den dich alle halten machen. Ich liebe dich. Nein, tust du nicht. Doch, das tue ich. Ich dachte, sie würde dir helfen, endlich mal in die Gänge zu kommen. Merkst du nicht, dass ich schlecht für dich bin? Satin. Du musst dich von mir fernhalten. Du hast das größte Herz von allen, die ich kenne. Ich liebe diese Leute. Echt jetzt? Ich liebe diese Leute. Ich liebe euch alle. Das, hier gerade, das ist abgefahren. So jung werden wir nie wieder sein. Es ist unsere Zeit. Lebe im Jetzt. Cheers. Cheers. Auf dich, Amy Finnecke. Auf dich, Sataki. Wir sind ja mit dem Reden, der ist nie da. Bestimmt nicht. Ja, das stimmt, du hast nie Zeit. Wir sind keine Familie. Willkommen zu den 74. alljährlichen Hungerspielen. Ich melde mich freiwillig als Tribut.